Die Interliving Schlafzimmerserie 1027 ist ein vielseitiges Schlafzimmerprogramm, bestehend aus Schwebetüren und Drehtürenschränken, Betten, Nachtkommoden sowie verschiedenen Beimöbeln. Optional sind Accessoires wie Passepartout-Rahmen, Aufsatzpaneele und LED-Beleuchtung erhältlich. Die Korpusse in Bianco-Eiche-Nachbildung verleihen natürliches Flair. Die Fronten in edlem Champagnerfarbenen Glas mit Riffholzabsetzungen in hochwertiger Bianco-Eiche-Massiv runden das Gesamtbild hochwertig ab. Stilvolle Akzente setzen die durchgehende Riffholzfüllung vom Handlauf bis zur Unterplatte beim Bettkopf teil und die breite Riffholzbauchbinde beim Schrank, wobei das Riffholz jeweils in Bianco-Eiche-Massiv gehalten ist. Die Kombination dieser beiden Details ist exklusiv für Interliving. Schieferfarbene Griffe und Griffleisten aus Metall runden das moderne Design harmonisch ab. Die Kleiderschränke sind in verschiedenen Breiten und Höhen sowie auf Wunsch mit Spiegeltüren erhältlich. Auch die Betten stehen Ihnen in mehreren Größen zur Wahl. Darüber hinaus gibt es sie mit einem Holz- oder Polsterkopfteil sowie mit Winkelfüßen oder einem schwebenden Fußteil mit Quersockel. Die Nachtkonsolen sind in hängenden und stehenden Varianten lieferbar und können optional durch Aufsatzpaneele in Riffholz oder einer schlichten Version sowie mit und ohne Beleuchtung erweitert werden. Demnach haben sie viele Individualisierungsmöglichkeiten. Die Interliving Schlafzimmer-Serie 1027 ist made in Germany, trägt das goldene M und bietet 5 Jahre Herstellergarantie. Interliving. Möbel für mich gemacht.